Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der Ronny und willkommen zu diesem Video von mir. Heute seht ihr die Highlights von Meet the Ring am Hockheimring vom Samstag hier aus der Sachskurve. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, los geht's! Es kommen immer mehr Leute auf die Tribüne und es gefällt uns natürlich. Ja, der Uwe, also der durfte da schon sehr, sehr lange. Ihr habt hier den Vorhandelslechtmann auch sehr schön, wunderbar, super sportlich dran. Ich seh das aber gar nicht, wie es da hinten noch aussieht, aber ich denke, richtig gut. Applaus Ja, was wir hier hören, das ist in dem Fall kein Nisanmotor, sondern wir hören hier mit dem 8 Zylinder, amerikanische 8 Zylinder von einem LS2 Motor, ihr kennt die Motoren aus Ja, schade, das wäre der nächste Fahrt gewesen Tobias Fessler aus der Schweiz Wieder der Ungesehener Und man kann auch sehen, der Uwe hat wirklich riesige Erfahrungen hier in der Sachskurve, er fährt hier mit einer Präzision durch, würden wir sagen, da sieht das wunderbar aus Ja, das sah ganz cool aus, ein bisschen mehr Winterfester sein Wir werden mal eine Kontinuität hier drin Sehr, sehr geil So soll es sein, enthält 620 PS Sehr schöner Klang, wie ich finde So wollen wir das sehen, gehen wir mit dem Fallen Blauchermotor und alt und kippen comme ich finde es Und damit die Menschen ее ohne Website So wollen wir das nicht oder wie ich bin Wenn wir hierin ... und der Papier... ... Hörer als JZV... ... und Wasser als Zaun. Die haben sich richtig drauf. ... ... ... ... ... .... ... ... Der Tim Reiner, der fährt schon richtig nah ran. So wollen wir das sehen. Schöne Ecke Battles. Nicht richtig gut, die geht gleich auf Zufühlung. Ihr werdet schon auf einen Puls. Sehr, sehr geil. Schöne Ecke. Einmal 630 PS, einmal 360 PS. Kleiner Unterschied, aber es sah schon richtig geil aus. Schöne Ecke. Schöne Ecke. Schöne Ecke. Schöne Ecke. 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 Schöne 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 Ecke. da, das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.